Ich schreibe direkt auf Killa, Hannes und Diego. Hey! Veto! Das ist krank, Alter. Wenn der gegen irgendein von euch quim. Jetzt so wie wir stehen. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Boah, ist das gut! Kannst du schon besser spielen? Ja! Aus! Aber warum? Ja! Nochmal! Ja! Und um! Ja, der war doch krass, ey! Krass! Mach ihn weg, mach ihn weg! Ja! 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 Ja, was ist denn? Ja, da, komm! Nein! Jaaa! Was ist denn? Was ist denn? Ja! Ja, ja, ja! Ja! Oh! 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 Wobei, das war natürlich nicht voller Ernst bei euch. Jetzt bei uns gehen wir. Wir haben so ein Minimalziel erreicht. Bisschen spannen, Flo. Oh! 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 Das ist gut, gut, gut! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Was ist das? Ja, was ist das? Dodo! Enddodo! Hopp, hopp, hopp! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! In den Kurs, ey! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das war natürlich auch von Chekos Strategie von Anfang an, dass wir so ein bisschen als Underdog ins Turnier gehen, obwohl wir uns unser Stärken bewusst waren und haben dann einfach unserer Qualität entsprechend das Runde gespielt. Meine Stärken waren eher so das Mentale. Ich habe die zwei Jungs unterstützt. Ab und zu mal habe ich den anderen Punkt geschenkt, weil ich wollte ihnen ja nicht die Miese machen. Meine Mutter ist so stolz auf sie. Danke, danke. Finde ich gut. Der eine hat gekämpft für den anderen. Wir haben geackert wie die Salzmänner. Und ich muss sagen, besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Danke. Das Trikot einer ganzen Region wird MW arg getragen. Der Tröme Der Tröme Kanzlerin! Kanzlerin! Kanzlerin!